jo moin moin liebe leute hier wieder euer maschinist diesmal bei einer oldtimer trecker veranstaltung hier sind noch ein paar alte landwirtschaftliche maschinen wie unschwer zu erkennen hier ist eine alte saapmaschine eine drillmaschine wie es ja früher hieß ja das war technik von früher hier ne ach hier ist der decker fahrgespannmeter 1939 umgebaut auf schlepperzug immerhin was ist das hier so ein heuwender oder was anscheinend wie das aussieht hier so ein rheinschwader machte sich das glaube ich früher fahrbinder meer euer 52 hier noch ein kleiner flug zwei schaufflug so dann hier vorne was haben wir hier noch so hat sich die technik entwickelt ja dann vielen dank fürs zusehen dann wenn euch das video gefallen hat abonniert meinen kanal dann bis zum nächsten mal tschüss euer maschinist ja dann